Niederer Erdenbaum ist eine Anrufung, die wir im Hinterland finden können und vom Hinterland aus müssen wir einmal in das Schamanendorf, also hier einmal komplett entlang reiten, rechte Seite entlang und dann hier im Schamanendorf auf der Wiese davor, da liegt die Anrufung, relativ unscheinbar. Schnappt euch also euren Gaul und dann geht es einmal los, wir reiten hier rechts entlang, den Weg natürlich rechts hoch wählen, den Berg hoch reiten, um dann zum Schamanendorf zu kommen, einer der schönsten Orte in Elden Ring auf jeden Fall, finde ich, dieser Ort ist wirklich extrem cool gemacht und hier in der Mitte findet ihr eben ein Bäumchen und da könnt ihr einmal klicken und bekommt die Anrufung.